Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Last Guardian und beim letzten Mal sind wir hier hängen geblieben und kam nicht mehr weiter, aber ich sehe jetzt, dass wir da hinten wahrscheinlich rüber müssen und ich gehe mal so ein bisschen auf die Kommentare ein. Erstmal haben manche gesagt, dass sich Trikot so ein bisschen wie eine Katze bewegt. Ist ja auch so Sphinx und sowas ein bisschen alles mit drin, deswegen ist es auch gut, dass er sich so wie eine Katze bewegt, aber die Wesenszüge von so einem Hund hat, weil es ist ja auch so ein bisschen Windhund und alles mit drin, das ist ja eine bunte Mischung aus ganz vielem. Aber noch die Frage, wo der andere Guardian ist, den man gesehen hatte, weiß ich auch nicht, also wahrscheinlich irgendwo werden wir den noch sehen. Oh, Triko Genau, Triko, halte durch. Wir kommen gleich wieder. Einfach tapfer sein. Ich beeile mich auch ganz doll. Ähm, wo lang? Verdammt. Hier lang nicht. Wir müssen nur irgendwo die Möglichkeit finden, diese Zugbrücke, oh Gott. Die Zugbrücke runterzuleifen. Ich glaube, dass uns diese Wächter immer dahin bringen wollen zu dieser Tür. Na gut, aufreichen. Hoffentlich kommt da nicht noch einer. Oh nein, die Tür ist zu. Oh nein, er hat uns erwischt. Ja, links, rechts, oben, unten. Doppelkombo, drei, vier, Dreieck. Oh, lass uns los. Lass uns los. Wo? Wir müssen jetzt gerade mal gucken. Wir brauchen irgendwo einen Hebel. Da. Da ist der Hebel, sehr gut. Hätte ich das mal früher gewusst. Wie, was? Wie schießt er uns, während wir diese Filmsequenz gucken? Die dreiste ist das denn? Ha, daneben. Du kriegst sonst nicht. Yes. Oh, oh. Hi. Verdammt. Hi. Oh, Entschuldigung. Ach, man kann auch gegen ihn. Die Räume verliert er sein Speer. Sehr nice. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh Gott, hier ist auch noch so ein Teil. Das heißt. Ich finde, in der Videosequenz sollte man sicher sein. Ansonsten. Mein Kaffee können wir uns ja nicht verteidigen. Da drüben einer? Sieht nicht so aus. Hey. Sehr gut. Ich glaube, wir haben es geschafft. Nein, 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 nein. Sehr gut, wir sind den Statuen perfekt ausgewichten. Trikot, alles gut noch da unten? Gleich sind wir... Oh Gott. Ganz im Ernst, wer von euch würde freiwillig... Oh Gott, es will diese Strecke hier laufen. Nicht recht. Aber ihr macht das auch nicht freiwillig. Oh mein Gott. Hm, welche fällt runter? Links oder rechts? Ich glaube, dass die geradeaus runterfällt. Da ist der Weg zu leicht. Aber doch nicht. Yes. Wir haben es gleich, Trikot. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Und jetzt? Oh Gott. Der Trikot war voll für die Sperre drin. Ich spring doch. Weg damit. Oh, ist es echt. Mensch, das arme Tier. Da unten war noch einer drin, aber ich muss erst mal kurz schauen, dass wir uns hier retten. Die Sperre kann ich immer noch entfernen. Oh. Und jetzt? War das falsch? Sind wir jetzt hier in so einer Lücke gefangen? Oh nein. Bitte nicht. Ich sehe hier nämlich keinen Ausweg. Ich glaube, es war ein Fehler. Nein, da drüben. Oh Gott, hier geht's hoch. Nein, nein, nein. Da ist sogar ein Hebel. Oh Gott, sehr gut. Nein, Trikot. Komm rein. Okay, da ist noch irgendwo ein Speer stecken, glaube ich. Dann suchen wir mal kurz. Da ist Speer entfernen. Da. Oh je. Na komm. Weg damit, sah. Okay. Alles wieder gut. Ich muss mal runter. Nein. Okay. So. Mitkommen. Wuh. Hm. Hier. Scheint nichts zu sein. Hier geht's weiter. Aber wie kommt Trikot da durch? Das ist sowieso immer das tierische Problem. Das ist sowieso immer das tierische Problem. Muss vielleicht schieben. Hä? Ist das so schwer? Was sollen wir denn damit tun? Moment. Ich muss mich jetzt nicht mehr tun. Ich muss mich nicht mehr tun. Was ist das? 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 aber ich müsste von dir da oben ran springen kannst du ein bisschen dahin laufen nur ein bisschen näher ich hab von hier aus den sprung einfach nicht ein meter nach rechts bitte magst du nicht super ich schaffe diesen sprung einfach von hier aus ich habe den sprung vielleicht von hier ja und so geht er auch so brauchen wir tricot nicht ich glaube dass er einfach nicht mehr weiter will weil er nichts zu essen hat deswegen müssen wir jetzt erstmal etwas holen dafür sind quasi die kisten immer gut dass tricot noch lust hat weiterzumachen hatten ganz schön energieverbrauch dann aber wir haben ihm ja echt schon eine ganze menge jetzt gefüttert in letzter zeit was bringt uns das das hier hält es aber auch gerade noch so was bringt das blöchner das hier hochklettern ganz ernst gemeinte frage ich sehe hier nämlich oben überhaupt nichts hier ist man hat das gefühl dass es wahrscheinlich hier einstürzen müsste aber vielleicht müssen wir die kette irgendwie rüber schwingen können wir schwingen eine kette also das bringt uns irgendwie nichts das problem ist wir müssen das hier irgendwie leichter machen oder so ich habe das gefühl das gefühl das hängt einfach irgendwie ach wir können es ziehen aber nicht schieben diese logik verstehe wer will wir können das nur ziehen kommt trikot hier durch moment was ach das sind mehrere wegen gewesen deswegen konnten wir das nicht wir müssen irgendwie das hier nach oben bringen die tür blockiert das ganze so ok dann naja ich verstehe wir müssen hier hochklettern und da drüben hochzukommen und danach die da jetzt habe ich es durchschaut hier die tür öffnen moment das bleibt nicht oben oje noch ein rätsel können wir können wir tricot rufen komm trikot willst du mich ein bisschen schieben das heißt wenn das schon mal nicht oh gott wenn das nicht geht dann müssen wir zuerst trikot animieren und ich muss erstmal überlegen wie ich hier raus ein fass ok also wir brauchen jetzt das fass und wie bringen wir das nach oben super ah ok wir können hier hochlaufen alles klar dann ist es sogar echt so gedacht glaube ich da drüben glaube ich können wir weiterlaufen moment oh gott nein weil dann müssen wir nicht das fass jetzt rüberbringen zu trikot damit er dann bereit ist zu schieben ich glaube wir müssen es darüber werfen nein oh man ok nochmal also soweit so gut war es glaube ich richtig Problem ist nur ich sehe nicht so ganz wo wir hin müssen Moment muss nochmal ganz kurz gucken wo wir hin müssen die kamera perspektive ist echt schlimm ok irgendwie nach oben bringen müssen wir jetzt auf jeden fall hier hin und dann da nein ach komm sonst beschwerst du dich auch mal wenn du an den rand kommst und jetzt so einmal nach drüben komm von hier aus werfen na komm yes ok kann man jetzt hier hochlaufen yay wir haben es das ist muss ich sagen schon definitiv eins der kniffligeren rätsel weil wir quasi fünf sachen machen müssen bevor wir die hauptsache machen können quasi jetzt erstmal trikot füttern dann brauchen wir trikot der das da durch schiebt also quasi drei sachen bevor die hauptsache funktioniert so ähm ha hier trikot nimm das dein ernst wenn man schon nicht bereit ist einen kleinen Millimeter zu laufen muss man dich jetzt auch noch diesen kleinen Meter füttern ja ist doch ach sehr gut so jetzt müsste das ganze funktionieren und jetzt müsste er glaube ich wieder aufstehen ja sehr gut er steht wieder auf er ist aber auch schon echt eigen so ich habe jetzt zu viel hunger ich laufe keinen Meter mehr so jetzt greifen na komm schieb es rein ich weiß ganz genau dass du das kannst trikot sehr gut gut so das hätte wir wow 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 Okay, jetzt noch die Fragetrick, wo wir weiter müssen. Jetzt sind wir hier drin. Schön und gut. Und es ist hier stockdunkel. Ach komm, nö. Es ist viel zu dunkel. Deswegen habe ich gar nicht gesehen, dass da eine Lücke ist. Aber da müssen wir, glaube ich, lang. Krico. Ähm. Oh Gott, das will ich dir nichts. Krico, du bist keine Hilfe so. So da stehst. Nein, ich wollte nicht an dich springen. Ach, Nö. Manchmal ist es echt unvorteilhaft, dass du so groß bist, Trico. Dadurch... Oh Gott, ich sehe einfach so wenig hier drin. Okay. Aber hier ist auch gar nichts. Oh, das ist die Frage, wie wir jetzt weiterkommen. Ich glaube, dass wir irgendwo nach oben müssen. Gerade weil er jetzt hier ist. Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Ich gucke mal gerade, ob wir hier irgendwo oben was sehen. Ich persönlich bin jetzt ein bisschen überfragt. Jetzt sind wir hier drin und hängen erst mal hier fest. Und Trico hat auch, glaube ich, keine Ahnung. Wo bin ich denn? Ja, das ist die Frage. Wie kommen wir weiter? Vor allem, wie kommt Trico weiter? Ich sehe ja schon keinen Weg, wo wir weiterkommen. Dass wir das hier schieben müssen? Nee, oder? Wollten wir vielleicht das hier mit Anlauf nochmal dagegen schieben? Ist es vielleicht das wirklich? Dass wir dem ordentlich Schwung geben, dass es dann das andere quasi durchbricht. So. Aber weiter können wir jetzt auch nichts schieben. Nee, das macht keinen Sinn. Nee, das kriegt keinen weiteren Schwung. Ich habe gerade echt keine Ahnung. Gut, aber dann machen wir hier erst mal eine Pause und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, ciao, ciao.